Oh, Aufnahme geht's schon, sorry. Herzlich Willkommen auf meinem Kanal hier at Karako Gaming. Danke, dass ihr eingeschalten habt. Meine Freunde, ich möchte mich bedanken bei euch bei 800 Abonnenten, das ist wirklich geil. Freut mich tierisch, tierisch, tierisch und ich habe jetzt ein paar Sachen euch, die ich euch gerne verraten würde. Also das allererstes einmal würde ich gerne behaupten für meinen Discord-Kanal machen. Ich habe einen neuen Discord-Kanal erstellt, der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Joined uns, der ist natürlich sehr, sehr frisch, da sind dabei, glaube ich, zwei oder drei Leute drauf. Die habe ich auch nicht, und es sind so meine Bekannten oder Freunden noch nicht wirklich erzählt davon, dass sie joinen sollen, weil das, wie gesagt, habe ich gestern erstellt, heute erzähle ich euch davon, deswegen ist der noch sehr, sehr frisch. Aber joint gerne Discord, lass uns zusammen quatschen, lass uns zusammen schreiben, lass uns zusammen zocken. Auf Discord selber gibt es dann auch solche Kleinigkeiten wie Giveaways und Verlosungen und sowas. Das hat dann aber nur mit Discord zu tun, nichts mit YouTube. Das sind für mich dann zwei Paar Sachen. Auf jeden Fall, natürlich bekommt sie dort auch sofort Infos, wann neues Video kommt, was kommt, was ist geplant, bla bla bla, da bekommt ihr dann alles auf Discord mit. Ich will mir natürlich ihre Schrauben, wenn ihr da zu uns zustoßt. Und naja, das erste ist, die Pokémon Rot-Naswalk ist jetzt vorbei. Ich habe jetzt Pokémon Blatt Grün ein paar Folgen voraufgenommen, damit ich euch immer weiterkommt, tatsächlich wann kann. Ich möchte von allen Pokémon spielen eine Naslott Macher und deswegen habe ich auch zu Pokémon Rot und Blatt, also vorher Rot und Blatt Grün, den fange ich einmal an, weil das quasi die erste Gen ist, mehr oder weniger, auch wenn es jetzt ein Remake ist. Aber ich wollte jetzt nicht die ganz alten spielen, weil, keine Ahnung, die sind nicht so populär, würde ich sagen, in dem Punkt. Aber vielleicht wenn ihr eine Bock drauf habt, dann kann ich das auch gerne machen. Auf jeden Fall ist in Planung etwas sehr Großes, meine lieb Freunde. Etwas, wobei ihr eine PS5 gewinnen könnt. Und zwar nehme ich, kommt bald das erste offizielle Austrian Swiss Pokémon League Turnier. Genauer nehmen wir es dazu kommen. Es wird ein komplettes Intro dazu geben, ja. Und ich freue mich tierisch auf das gesamte Event. Es ist auch ein Sponsor bei uns im Rücken. Das heißt, es gibt viele Geo-Ways und Verlosungen wie eine Switch Lite, wie eine, wie Pokémon Karten, wie kleine Figuren. Also es gibt wirklich viel, viel. Natürlich müsst ihr Abonnent des Kanals sein. Natürlich auch in Discord joinen, ja, damit ihr immer dabei seid. Und ganz wichtig, folgt mir auf Instagram, meine lieb Freunde. Da bekommt ihr auch natürlich alle Neuigkeiten bezüglich des Turniers. Und es wird im Grundprinzip so ablaufen wie die GPL, also die German Pokémon League, mit ein paar Änderungen. Mich hat es gesagt, dass es in Österreich und Schweiz sowas nicht gibt. Und ich habe gesagt, okay, nein, ich ziehe das auf, ich starte das und ich freue mich tierisch auf die ganze Sache. Auch, dass wir einen Sponsor haben und ich habe auch einen eigenen Pokal anfertigen lassen, einen wirklich schönen Glaspokal. Der wird kommen. Deswegen das richtige Intro-Video kommt erstmal, liebe Freunde, dann auch Mitte Pokal und so weiter und so fort. Da freue ich mich wirklich tierisch drauf. Auf genau die Infos, wie man da mitmachen kann und so weiter und so fort. Das kommt alles noch in dem Intro-Video und dem offiziellen Ankündigungsvideo der ASPL, der Austrian Swiss Pokémon League. Auf jeden Fall dazu bald mehr. Ansonsten meine Freunde, natürlich bedanke ich mich bei 800 Abonnenten. Ich bedanke mich bei so vielen Leuten, die Bock haben, meine Videos einzuschalten, die Spaß haben an meine Videos. Es macht mir tierisch viel Spaß, das zu machen. Natürlich könnt ihr auch immer wieder in den Kommentaren gerne eine Kritik äußern und sagen, hey Isi, ihr könntest das besser machen, das besser machen. Das nehme ich gerne an und ich freue mich wirklich über jeden Kommentar. Natürlich will ich euch jetzt nicht viel weiter aufhalten. Das Video geht jetzt schon wieder vier Minuten und ist auch schon wieder zu lang. Morgen, also Samstag oder Sonntag kommt dann die erste Folge der Blattgrünen-Naslog. Ich bin mir noch sicher, wann ich es schaffe. Auf jeden Fall. Ich starte dann bald die Blattgrünen-Auslog, dann habt ihr auch wieder Content, wo ihr reinschauen könnt. Ansonsten kommen noch ein paar random Videos, die ich gerne machen will. Ein paar Tierlisten würde ich gerne machen, was macht mir tierisch viel Spaß. Und vielleicht, meine lieben Freunde, wirklich vielleicht, aber schreibt es mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr Bock drauf habt, würde ich gerne Breath of the Wild zocken. Beziehungsweise, let's playen. Mehr oder weniger. Und falls ihr Bock drauf habt, gerne in die Kommentare oder lasst mir einen Daumen da, dann weiß ich, dass ihr Lust drauf habt. Auf jeden Fall. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr wirklich viel zu sagen. Ich wünsche euch natürlich ein wunderschönes Wochenende. Heute ist Freitag und bleibt gesund, meine lieben Freunde. Sonst gibt es auch irgendwas, was ich sagen wollen würde. Nee, ich glaub nicht. Ich glaub, das war's nur so ganz, meine lieben Freunde. Danke fürs Einschalten. Cheerio, meine lieben Freunde. Zickena. 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 Stella, habe ich überhaupt stars на yang possibility und wahrscheinlich wiedersehen bis zum nächsten Mal. telefona habe ich jetzt. Zickena. Angelina coisa, kannst du dich bei den Welt? Zickena. לקst implementation, motiv Quite Right 다음 Ideal. Zickena. Denkund. Quinn tambiénERSylen, masterikal为 ein Schcmchen ride.